Ich mache mein Leben lang nichts anderes als Christbäume, quasi genetisch bedingt. Das Geschäft hat mein Vater 1950 schon begonnen. Damals hat er nur einzelne Bäume verkauft. Ich habe mein erstes Mal in das Bäume verkauft, da war ich zwölf und wie ich 19 war, bin ich schon im Geschäft von meinem Vater eingestiegen. 1991 habe ich es dann komplett übernommen und seitdem einfach ausgebaut und so hat sich die Firma entwickelt. Irgendwann kam der Markus mal auf die Idee, mich zu fragen, ob ich nicht Lust hätte, gemeinsam mit ihm zu arbeiten und habe mir eine Partnerschaft in der Firma angeboten. Das ist dann über zehn Jahre her und wir entwickeln uns immer noch weiter und das macht jeden Tag riesig Spaß. Über die Jahre haben wir uns zu einem Komplettvermarkter von Weihnachtsbäumen entwickelt. Früher innerhalb Deutschlands mittlerweile haben wir die deutschen Grenzen überschritten und beliefern auch europaweit. Also unsere Kunden sind Einzelhandelsunternehmen, klassische Gartencenter, Gärtnereien wie auch Konzerne. Vor allem für unsere Konzerne sind wir ein verlässlicher Partner, weil wir wissen, wie eine Konzernstruktur funktioniert. Bei den Einzelhandelsunternehmen sind hauptsächlich Fachgartencenter und Gärtnereien zu finden. Hier bieten wir durch unsere erstklassige Qualität die Ware, die der Kunde dort auch von uns erwartet. Sogar individuelle Etikettierung der Bäume ist möglich. Hier können wir das Unternehmenslogo oder die Bezeichnung des Baumes mit anbringen. Die Nordmantanen in Dänemark wachsen besonders gut, weil das Wetter oder die Klima für die Nordmantanen perfekt ist. Wir kriegen genügend Regen, wir haben nicht die heißen Sommer und haben nicht die kalten Winter mit viel Frost. Für jeden Baum, der hier geschlagen wird, wird ein neuer gepflanzt. Da wir für Silbertrees die Logistik machen, haben wir dieses Jahr einen neuen Verladeplatz gemacht von ungefähr 10.000 Quadratmeter. Hier kommen viele LKWs rein, wo dann die Paletten als Mixpaletten verladen werden und Mix-LKWs gemacht werden. Die ersten LKWs kommen morgens um 6 Uhr rein und ab und zu läuft es bis 22 Uhr abends. Ja, es gibt Erkenntnisse, dass eine Christbaumplantage auf ihre Wuchszeit, das ist auf 9 bis 10 Jahre gerechnet, pro Hektar 105 Tonnen Stickstoff bindet und bis zu 120 Tonnen Sauerstoff abgibt. Also eigentlich eine fantastische Umweltbilanz. Und das sind Tierarten ansässig, haben sich eingenistet im wahrsten Sinne des Wortes, die teilweise woanders keinen Lebensraum mehr finden. Wir produzieren seit 1991 hier in Mecklenburg-Vorpommern Weihnachtsbäume und sind damit Pionier gewesen, einer der ersten und mittlerweile auch einer der größten und leistungsfähigsten Weihnachtsbaumproduzenten in diesem Bundesland. Wir haben mal mit zehn Hektar angefangen und mittlerweile sind wir bei 110 Hektar gelandet und auf dieser Fläche kultivieren wir circa 800.000 Bäume. Also in einer Saison schneiden wir circa bis zu 50 Tonnen Schnittgrün, woraus dann auch wieder Handbunde gemacht werden, Grabgestecke, Totensonntagartikel. Das ist alles aus eigener Produktion, alles heimische Ware. Dadurch haben wir kurze Transportwege und können damit eine absolute frische Garantie herstellen. Wir haben uns zum Fullliner der Branche entwickelt. Der Kunde startet mit dem Kauf der Jungpflanze, erhält die richtige Düngeempfehlung von uns und kann auch Produktionsmittel wie zum Beispiel Vogelstäbe bei uns erwerben. Selbst nach der Ernte kann er das gesamte Sortiment für seinen Verkaufsplatz bei uns kaufen, wie zum Beispiel Netzgeräte oder Spitzmaschinen. Neben allen materiellen Firmenwerten ist unser größter Firmenwert unser Personal, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auf die sind wir besonders stolz. Wir sehen uns hier als große Firmenfamilie. Ein Kollege, eine Kollegin hilft den anderen. Es geht Hand in Hand bei uns in der Saison. Wenn es mal ein bisschen mehr zu tun gibt, kann sich jeder auf den anderen verlassen. Meine Zielsetzung ist, die Bäume über möglichst wenig Strecken transportieren zu müssen. Das ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Sofern wir nicht direkt von unseren Kulturen zum Kunden fahren, sammeln wir unsere Bäume in unserem Zentrallager. Dort stellen wir Lieferungen zusammen und sind in kürzester Zeit beim Kunden vor Ort. Das bedeutet, wenn den Kunden anrufen und sagt, er hat ein Problem, er braucht dringend Ware. Wenn wir heute aufladen, können wir morgen früh den Kunden im Regelfall schon anliefern. Das ist ein logistischer Vorteil, den wir haben. Und da sind wir, glaube ich, auch wirklich Führer in der Branche. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020